Hey ihr verrückten Faltern, heute gibt es endlich den ersten Teil zu den Zwergen-Video. Ich hoffe, ihr könnt alles erkennen und sehen, wie ich das falte. Ich habe mit Absicht das ganze Gitter in das Papier gefaltet, damit ihr ein paar Anhaltspunkte bei einzelnen Faltschritten habt, dann geht das Ganze etwas leichter. Ja, gut, dann fangen wir jetzt an. Jetzt wird es einen Faff, auf den Faff, auf die andere Seite gehen. Ich brauche nur den Kques und die Kques der Kques Jochisch zu Sachen, und zum Beispiel der Kques noch angemessung. Ich weiß jetzt nur, dass ich noch etwas sagen kann. Zucker, 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 Schulz Zitzen Einen Zucker Das ist eher ein Gloria Es ist derart Zitzen Zitzen Soh, Du bist Kaffee Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 , Vielen Dank. , 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